So, bitteschön. Moment, 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 so kann ich schlecht fahren. Ja, das glaube ich auch. So geht's auch nicht. Am besten, wir nehmen ein Taxi. Ja, das fährt gerade weg. Aber den Bus, den kriegen wir noch. Oh ja. So, schnell hinein. Moment, hallo, stehen bleiben. Halt sie an! Halt sie an! Ich kann ja nicht noch mehr! Halt sie doch! Hey, sie! Polizei! Halt! Stehen bleiben, die zwei sind ausgebrochen. Nein, nein! Halt! Halten sie! Und wo sind die zwei, die eben hier hereingekommen sind? Da drinnen. Wo drinnen? Im Saal drinnen. Danke. Da kommt er schon wieder. Hier, schlepp. Was ist denn? Was ist denn? Wo können sie nur sein? Die sind bestimmt auf die Straße gelaufen. Ich kann nicht mehr. Noch einen Augenblick nur. Ah! 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 Sie, Sie dürfen doch nicht auf... Haben Sie einen Mann und eine Frau herauskommen gesehen? Hey, wann denn? Nein! Ja, aber die müssen doch aus dem Kino... Das sind Sie ja! Du musst ihn drehen! Stehen wir! Stehen wir! Stehen! Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Kochen und Sport L mugen? Was Frauen träumen? Untertitelung des ZDF, 2020